Hallo alle zusammen, ich bin CatGamester. Heute bewerte ich eure Häuser. Ich gehe schon mal in diesen Haus rein. Okay, die war mein Abonnenten. Okay, sie nehme ich mal noch nicht. Ich kann so mit anspringen, das ganze Haus ist da so. Da war ein Sessel. Wer kennt das? Jede Zeit auf Pause machen da. Ist das da das Haus? Das K-4-Käbchen. Club. Club und dann... Ich gehe mal in den Haus rein. Ist das auch von deinem Abonnent? Dich nehme ich in meine Liste rein. Eigentlich einer, der in meine Liste kommt. Ich guck mal wie du heißt. Katrin-Pupp-3-6. Katrin-Pupp-3-6 ist in meiner Liste. Ich guck weiter ist ein Haus an. Einfach so mega krass. Nein. Okay, für mich spielt. Ist ein echter Roboter hier. Komm Roboter. Den ganzen Parcours. Okay, der Roboter ist runtergefallen. Außer sehen. Glaub ich. Hier warte immer ein bisschen. Und hüpft so. Und fällt wieder runter. Egal, was ich... Oh, dann er deckt der einen Fahrstuhl. Und ist auf ihn hochgefahren. Hey, ich war doch schon mal in deinem Haus. Was? Es gibt es keinen Roboter. Ich war doch mal in deinem Haus. Ich hab dich schon genommen. Ich war schon in deinem Haus. Ich nehm aber dich trotzdem das zweite Mal in meine Liste. Yeah. Entschuldige, Pflanze. Ich hab ihr damals kein Like gegeben. Mach ich mal sofort. Damals kein Like gegeben. Pflanze, was soll das? So geht ich Like, Like, Like. Nur 6. Dann guckt ihr weiter die besten Häuser. Vielleicht seid ihr auch dabei. Und wieder. Also geht das mal wie gleich nicht. So geht das mal weg. Grüße. Ich bin der Montag. Nee, ich bin der Montag. Ich bin der Montag. Tschüss. Ich bin der Montag. Ich bin der Montag. Ist vor, ich bin der Montag. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.